Man hat mich auf das Pilotprojekt Perspektive Arbeit verwiesen, was ich sehr sinnvoll finde, also die Hilfe in einem Mentorenverhältnis, um den Flüchtlingen zu einer Arbeitsstelle zu helfen. Mein Menti, der aus Somalia kommt, hatte bereits eine Ausbildung in seinem Land als Automechaniker. In diesem Sinne habe ich ihm auch Mut gemacht, hier in der Schweiz das beruflich umzusetzen.